Dürmgewehr Wir haben hier auf Beider Seiten Von der Türe Zombies geklopft Okay Gut, da finden wir Ein rotes Kraut Damit wäre der Raum Auch schon wieder Blau Du bleibst fliegen Da brauchen wir Da brauchen wir Den Dietrich, den Chill hat Spencer Memorial Broschüre Willkommen im Spencer Memorial Hospital Das Herz der Gesundheitsfürsorge in Raccoon City Die Spitze der Wissenschaft Das Spencer Memorial Hospital wurde von der Spencer Foundation akribisch geplant Um als tragende Säule der medizinischen Versorgung in der Region zu dienen Neben unserer hochmodernen Ambulanz und der geräumigen Bettstation Verfügen wir über einen der größten Forschungsstationen des Landes In der wir klinische Versuche mit neuen Medikamenten durchführen Die die Medizin in den Vereinigten Staaten und auf der Welt reformieren werden Okay So Das hätten wir Beunruhigende Musik So Ähm Die Frage ist Ich gehe nochmal kurz zu Äh Chill zurück Ich meine Sie brauchte den Dietrich gerade nicht Könnten wir den haben Nee Ich glaube wir kommen wieder nicht Okay Dann Gehen wir mal weiter Alter diese Geräuschkulisse hier schon wieder Gut Ähm Gut mit dem Empfang sind wir dann so weit einmal durch Wir gehen jetzt da weiter Okay Wir könnten da und da lang Wir sehen uns mal da um Da ist ein Hut Und da ist schon wieder So eine Kiste Alter wir brauchen den Dietrich Okay da kommen wir Raus auch noch Wieso? Hm Okay Da ist wohl ein Leichensack Irgendwo finden wir auch noch ein Item Achso Klar in der Kiste mit dem Dietrich Habe ich die gerade? Okay Ah Doch Habe ich schon gehört Ah shit Mit Ja egal Mit Carlos haben wir auch wieder Äh Ein Messer Ah gut Das ist eine Kugel Wird jetzt nicht Unser Untergang bedeuten Uh Okay Da geht's Willkommen beim Beruf von Dr. Nathaniel Barth Bitte sprechen Sie Ihr Anliegen deutlich ins Mikrofon Okay Kassettenrecorder Wenn wir uns den anhören Ein Abspielgerät für Audiokassetten Sie müssen eine Kassette einlegen Okay wir brauchen eine Kassette Die wir jetzt wohl noch nicht haben Mhm Huch Grünes Kraut Machen wir's gleich so Das machen wir so Und das machen wir so Das machen wir so Warten wir zuerst die Waffen Dann die Heilung Oh Brace IT-Karte können wir auch schon wegwerfen Und so passt Der Raum wäre Blau Ähm Okay Dr. Barth Sind Sie da drin? Ich bin hier Sie zu retten Öffnen Sie die Tür Stimmenmuster nicht gefunden Stimmenmuster Was für ein Sci-Fi Mr. Dustin Okay das heißt wir brauchen wohl Noch irgendeine Kassette Mit der richtigen Stimme Und dann kommen wir auch da weiter Pflegatagebuch 25. September Jeden Tag bringen Sie weitere von diesen Patienten Mit der rätselhaften Krankheit Die Beruhigungsmittel stoppen ihr Delirium nicht Deshalb müssen wir sie in Zwangsjacken stecken Und sie in den Isolationsflügel transferieren Das Problem ist aber dass der Isolationsflügel bereits aus den Nähten platzt Der Direktor hat uns befohlen jeden mit Symptomen kostenfrei aufzunehmen Aber was erwartet er von uns? Sollen wir Ihnen gute Besserung wünschen? Wir haben keine Heilungsmethode Und das ist noch nicht alles was mir Sorgen macht Wenn diese Patienten sterben werden sie nicht vom normalen Bestattungsdienst mitgenommen Man hat uns gesagt es sei eine Sonderabwicklung Und zu verhindern dass sich die Krankheit weiter ausbreitet Aber ich bin mir nicht sicher ob ich denen das abkaufe Miranda hat gesehen wie einige Typen nachts in der Leiche durch die verbotene Türe geschoben haben Warum? Wohin? Was geht hier vor sich? Okay Nehmen wir ja schon über eine Stunde auf Okay Hört irgendwie schnell vergangen Ähm das war Bin auf die Escape Tasse gekommen Das wollte ich nicht So Ähm Also wir können im Endeffekt nur da durch Ähm Ja ich Wollte gerade sagen ich werde noch etwas aufnehmen Etwas länger Ähm Weil ich gerade im ersten Part Etwas gesucht habe Okay Okay Ah okay Das ist wohl cool sicher Das heißt dann dürfte aber der da auch Nicht durchkommen Hoffe ich zumindest Bleibt der bitte liegen Danke Ich habe es gewusst So Erstmal Rottes Grat Okay Brauchen wir wohl wieder ein grünes Grat Da brauchen wir irgendeine Karte Irgendeine ID Karte Gewehr Munition Das ist immer gern gesehen Irgendwas finden wir aber da noch Da noch Da auf jeden Fall nicht Da auch nicht Da auch nicht Da auch nicht Na du Womöglich Ah wahrscheinlich gehört das auch noch irgendwie dazu Dann lass mir das mal So Und dann gehen wir da weiter Das wahre Böse Okay Okay Aber da müssen wir auch noch irgendwie rauskommen Da haben wir auch noch Atoms gesehen Verschlossene Tür Okay Oh okay Das erinnert mich gerade Ähm Von was war das Wir haben in Österreich auch eine Werbung Das war irgendeine Werbung für einen Bausparer Und an diese Werbung erinnert mich gerade die Hand Ich weiß auch nicht mehr was für eine Werbung das war Verdammt Für irgendeinen Bausparer auf jeden Fall Wüstenrot Ich weiß es nicht mehr Das hat mich gerade extrem daran erinnert So okay Ich trau den kein bisschen So Drug Information Fulfilling Aha Fulfilling life comes from good health Hast du gehört? Wäre ich da weitergegangen Hätte ich mir das nicht durchgelesen Hätte ich mich sicher voll erschrocken When you see this Okay Ich hoffe der bleibt auch tot Warte mal Da finden wir noch etwas Oder ist das Wieder irgendwo Vielleicht ist dieser ganze Gang hier gemeint Ja ich hoffe mal Das kommen wir noch mal zurück Müssen ja sowieso noch mal zurück Weil wir finden auch irgendwo eine Dietrich Also von dem her Okay Gehen wir mal raus Na Da ist auch wieder alles rot Ja zum Glück sind alle Wege So gesperrt Wo wir nicht Oder versperrt Wo wir nicht weiter können Oh wir sind Ich höre es ganz genau Wir sind ja wohl am Dach Bleib ja liegen Okay Ähm Das war wieder Eine Figur Können wir streichen So Gehen wir weiter Wie lange nehmen wir jetzt schon auf Okay Eine Viertelstunde können wir noch Ähm Gut Sonst ist da aber eh nicht mehr Okay Ah okay Jetzt sind wir wieder Da Nur auf der anderen Seite Alles klar Pistolenmunition Jo Warum nicht Warum nicht Ähm Da Oder da Gehen wir mal da lang Müssen ja sowieso mal überall hin Aber durch Türen gehen wir jetzt Noch nicht Das Krankenhaus Nice Okay Die habe ich mir glaube ich auch notiert Ähm Ab Gute Schaut Okay Dann haben wir das auch Ähm Da gehen wir auch gleich durch Da finden wir noch nichts Einmal so lang und da noch Und vom Sinn Okay Nicht hier lang Okay Was ist das Ich höre ja schon wieder irgendetwas Das mir gar nicht gefällt Ah Da kommen wir dann wohl drüber Ob ich das will Weiß ich Ehrlich gesagt Noch nicht Turmwaffe Und Der Raum ist blau Alles klar Gut Also wir haben jetzt die Möglichkeit Wir gehen entweder in die Wäschekammer Kommen dann da durch Und dann da wieder raus Wir müssen sowieso Wahrscheinlich überall hin Also fangen wir da einfach mal an Oder wir hüpfen da runter Äh drüber Weißt du was Hallo Gehen wir uns da mal um Haben wir da Ah Kommen wir da auch nochmal Okay Gut wir müssen dann nochmal runterspringen So da haben wir das Kraut Alter Ist ja Musik immer Lüssel Den Brauchen wir erscheinlich Schlüssel Er trägt Spuren regelmäßiger Verwendung Umkleiderraumschlüssel Alles klar Ja klar Der Innenhof ist das noch nicht Waren Ne da waren wir noch nicht Nochmal Sturmgewehr Munition Okay klar Der Raum ist immer noch nicht Blau wegen Eh schon wissen Wegen der Kiste mit dem Schloss Und jetzt Sind wir wieder da Okay so Ich Jetzt will ich aber nochmal rauf Wofür Achso Wofür brauchen wir den Schlüssel Klar für den Unkleiderraum Aber wo war sein Unkleiderraum Er speichert mal Okay Ähm Na du Ähm Da lang Da hinten war das Kaputte Fenster Einmal da nochmal drüber Da Und jetzt Da hinten finden wir auch noch Takt Ah taktischer Griff Sturmgewehr Nice Okay Haben wir das auch Ups Sorry So Gut Ähm Wie kommen wir Da hinten noch hin Warte mal Gehen wir da nochmal drüber Da war ja sonst nichts mehr Kommen wir Ah da kommen wir wohl noch runter Okay Vorher sind wir Darunter Passt Kenne mich aus Gut Dann nochmal So lang Und Genau Wo gehen wir jetzt weiter Gehen wir mal rauf So Einmal da rum So Okay wir haben jetzt Da die Wäschekammer Behandlungssimmer Gehen wir mal in den Aktenraum Weil der Raum Ist nämlich so schön Einzeln Und Ja Vielleicht ist das ja auch ein Safe Room Könnte ich mir gut vorstellen So Jetzt müssen wir nach links Und Ja Guter Raum Ich habe gerade überlegt Wo das andere Ja Das ist ein C-Von Türmgewehr Munition Sehr Sehr gerne Ähm Kommen wir gleich So Gut Ähm Das machen wir so Oh Okay Das verstauen wir mal Das verstauen wir mal Und das verstauen wir mal Eins sollte reichen Das verstauen wir auch Das Ja komm Den auch noch Wobei Was hast du denn Schlüssel Den behalten wir gleich Einmal sortieren So Mhm Passt Der Raum Da finden wir noch etwas Sollen wir da noch Pflegetagebuch 27. September Wir haben Mehr als 20 Patienten Mit der rätselhaften Krankheit aufgenommen Patienten im Isolationsflügel Zeigen schwere Nekrose Der Extremitäten Fieber Was Musitierendes Delirium Und Anzeichen Von Hyperphagie Möglicherweise Eine Infektion Haben alle Antiseptika Ausprobiert Immer noch Keine Blutergebnisse Vom Forschungsflügel Zurückbekommen Noch mal Nachfragen Dr. Young Wurde gebissen Als er Einen der Patienten Behandelte Wir haben Die Wunde Desinfiziert Aber sein Fieber Lässt nicht nach Nichts zeigt Wirkung Mittlerweile Ist in der Ambulanz Reinste Anarchie Ausgebrochen Die Patienten Delirien Und werden Werden zunehmend Gewalttätiger Wir haben auch Die Mitarbeiter Herbestellt Die Dienstfrei hatten Jetzt heißt das Alle Mann an Bord Wir müssen Dieses Chaos Eindämmen Viel Spaß damit Wir behaupten Die hatten Nicht Erfolg damit Du Na gut Noch mal Pistolen Munition Gleich wieder Nachladen Dann haben wir Sogar noch Etwas Munition Über Jetzt packen wir Gleich Dahin Dahin Huch Hat mal Ganz falsch Ganz falsch Und dann Das Und dann das Gut Der Raum war blau Und sonst hoch Ne da war sonst Nix mehr Wieder ein Aktenraum Mit nur einer Akte Okay So Sprechen wir mal ab Wie sieht es jetzt aus Fünf Minuten Noch Okay Dann hätte ich Gesangt Einmal da Lang So Jetzt will ich aber Trotzdem noch kurz Nachsehen Wo das zweite Fenster war Wo wir Durch konnten Weil da war das Eine Und da hinten War das Andere Und da kommen wir Aber noch nicht hin Okay Können wir da nicht Einfach unten Durch Geht nicht so aus Dann müssen wir wohl Da durch Und ich will da Nicht wirklich durch Können wir da Theoretisch durch Ja Und wie sieht es da aus Okay Das ist verschlossen Das heißt wir können Da durch Belegschaftsraum Den könnten wir Die Tür könnten wir Auch noch testen Das machen wir jetzt auch Die war jetzt da vorne Und rechts So Okay da kommen wir auch durch Ja dann Den Raum machen wir noch Und dann glaube ich Ach das wieder Da ist auch viel Blut Und dann glaube ich Können wir die Aufnahmsession beenden Alter was Wenn die alle aufstehen Dieser Sound Der macht mich irre Belegschaft Okay Die stehen sicher alle auf Hundertprozentig Wieder ein Los Pflegetagebuch 29. September Wir haben es versucht Ich schwöre bei Gott Wir haben es versucht Aber es gibt nichts mehr Was wir machen können Das Chaos ist komplett Außer Kontrolle Die Opfer kommen jetzt In Scharen Und sie sterben Und verbreiten die Infektion Schneller als wir sie Erreichen können Wir haben alle Versuche Aufgegeben Diejenigen von uns Die nicht infiziert sind Haben uns hier Verbarrikadiert Wir können die Hilfeschreie Draußen hören Das Kreischen Aber niemand von uns Will da rausgehen Und denn Das wäre unser Ende Ich kann nicht glauben Dass wir unsere Patienten Aufgegeben haben Das ist die schlimmste Sünde Eines Krankenpflegers Ich kann nicht aufhören Zu zittern Aber ich will leben Ich will leben 21 Uhr Wir haben einen Helikopter Über uns fliegen gehört Und sind sofort weinend Und sind uns sofort weinend In die Augen In die Arme gefallen Wir dachten Ein Rettungsteam Sein unterwegs Aber dann entfernte sich Das Geräusch wieder Und das Einzige Was uns geblieben ist Ist das Gestöhne Der Toten Und des stillen Schreien Unseren Herzen Wir verlieren hier Alle langsam den Verstand Dr. Young Ariane Miranda Dakota Es tut mir so leid Dass ich euch nicht retten konnte Etwas kommt Hilf Hm So 148 Sehen Okay Das schlässst du So Memo von der Verwaltung Regeln zur ID-Karte ID-Karten dürfen das Krankenhausgelände Unter keinen Umständen verlassen Nach unseren Sicherheitsvorschriften Müssen alle Mitarbeiter Ihre ID-Karte In ihrem persönlichen Schließfach verstauen Bevor sie nach Hause fahren Vielen Dank Die Verwaltung 20. September Schlüssel der Umkleider vermisst Der Schlüssel der Umkleider Ist verloren gegangen Die letzte Person Die ihn hatte Hat ihn womöglich Im Innenhof verloren Bis er wiedergefunden wird Wird im Büro Der Verwaltung Ein Ersatzschlüssel aufbewahrt Bitte melden Sie sich Bei der Verwaltung Um ihn am Ende Ihrer Schicht auszuleihen Die Verwaltung 24. September Okay So Das war jetzt ID-Karte Hm Gut Ähm Wo war Wie hieß die Akte jetzt? Ich habe mich gar nicht notiert Ähm Ah doch Memo der Verwaltung So hieß das Okay Haben wir Okay War das? Ja Das war's Okay Alter Schwede Wenn da irgendwo Ich sehe ja genau Wie die Schritte Zu diesen Und zu diesem Spind gehen Wollte mich verarschen Okay Oh John Ralph Äh Orthopäde Ein Orthopäde Okay Ähm Dann Was ist die Die Karte Tod oder lebendig Tod oder lebendig Tod Ich habe es genau gewusst Ich habe es genau gewusst Okay Da ist aber nichts mehr Na gut So Könnt ihr gleich eine Blendgranate hineinwerfen Und so ein Tuch Und so ein Tuch Und so ein Tuch Okay Ähm Ja auch die Tür war vorher auch schon offen Okay Alter Schwede Wo ist dieser scheiß Licker Der soll doch gleich Komm Ach Oh Ach Ach Sag Ach 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 их. Ach Alter Schwede, war das ein Hunter? Das ist ein Hunter? Oh, du Scheißkerl, aber saugeil. Oh, fuck. Die sehen verdammt cool aus. Okay, ich habe mit einem Licker gerechnet. Das war ein Hunter, glaube ich, oder? Okay. So. So, jetzt... Will ich doch noch irgendwie weiterspielen? Schwesterstation, okay. Aber wir lassen es jetzt bleiben. So. Speichern ab und... Wir sind nicht verletzt, sehr schön. Ah, den können wir gleich wegwerfen. Ja, das ist mir schon bewusst. So, äh... Ah, nee, 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 nicht wegwerfen. Ich meine, es sind eh nur zwei coolen, aber trotzdem. Das kommt da hin, das kommt da hin. Du kommst in die Kiste gleich und dich behalten wir gleich. Für die nächste Aufnahme-Session. Ich habe übrigens die Befürchtung, dass wir das Spiel in der nächsten Aufnahme-Session schon wieder durch haben. Ähm... Achso, das sind schon drei, okay. So, dann speichern wir ab. So, und diesmal keine Zusatzaufnahme-Session noch, nach der Aufnahme-Session. Diesmal habe ich nichts übersehen. Diesmal war ich vorbereitet. Und ja. Gut, liebe Leute, dann wäre es das schon wieder mit dieser Aufnahme-Session. 14 Nebeninformationen noch. Wir haben heute den 27... 6. November, gestern war der 26., das ist schon wieder nach 0 Uhr. Und es hat heute bei uns Österreich schon geschneit. Ich glaube, so bald oder so früh hat das bei uns, glaube ich, vor 30 Jahren das letzte Mal geschnieben. Aber, das finde ich schon relativ cool. Der Schnee liegt sogar noch. Also, langsam kommt schon die Weihnachtsstimmung auf. Auch wenn leider bei uns die Christkindl-Märkte wieder geschlossen haben wegen Lockdown und so. Aber gut. Muss man durch, kann man nichts dagegen machen. Hilft nichts. So. Gut, liebe Leute, dann war es das wieder mit der Aufnahme-Session. Wir sehen uns in der nächsten Session wieder. Vielen Dank wieder fürs Zusehen. Bleibt auf jeden Fall gesund. Und ja, bis zum nächsten Mal dann wieder. Ciao.